Und Sie glauben, dass es hier keine Verkehrsregeln gibt? Am Güterbahnhof herrscht Nervosität. Ein Zug mit richtiger Ladung hat schon ordentlich Verspätung. Der Leiter des Bahnhofs, Sorge Alves, hängt besorgt am Telefon. Die ersten Othelfer beschweren sich, dass ihre Bahne noch nicht da ist. Wir haben da ein Problem. Ein Baum ist auf die Bleibe gefeiert und hat den Zug aufgehalten. Und hier warten Sie in den Obst- und Gemüsehallen des XXL-Mars. Trotz Zuckerspätung.